Und damit herzlich willkommen zu einer Folge von CSGO auf der Map Overpass Wir starten ein Stück später, weil ich AFK war. Pinke mal. Easy. Habt ihr es gesehen, Leute. Merven und AFK, das ist was ganz Neues. In Aufnahmen habe ich mich immer bemüht, ey. Aber stets bemüht. Ich habe zwei Leute gewonkledigt die Runde. Easy. Ich habe auch angekillt. Richtig, nur mich geht, aber ich habe ihn gekillt. Weißt du, der eine läuft Richtung Wasser, ich drücke mit der USP ab. Und tschüss. Dann gucke ich, oh Gott, da pläntet einer die Bombe. Und tschüss. Wir haben jetzt auch zwei Kevler durch die Nate verloren, weswegen ich jetzt 1000 für die Scheiße da ausgeben muss, ey. Hört ihr, wie er am rumweinend ist? Ja. Dann werden wir beim Thema. Merven, wo sind wir in 50 Euro? Ich weiß wohl, dass YouTube Money ist, ey, durch die Werbung. Keine Ahnung. Nein, nein, ich meine, es sind nicht die stündlichsten Einnahmen, ich meine, das sind die Pro Video, ne? Pro Aufruf, die wir haben. Ja, nicht. War doch so. Und das haben wir, verdammt. Wir haben das dann festgelegt mit hier, wie heißt unsere Netzeige nochmal Alliance oder so, ne? Alliance. Wir sind dasselbe Alliance. Ich mein Pieps mit und sie sind doch auch bei unserem Vertrag. Oder bei Alliance, Alliance, Alliance oder so. Ja, also Merven, wie ist das Trimgeld jetzt? Was hast du gesagt? Du wolltest das spätestens übermorgen überweisen? Ja. Ich mein, wir haben jetzt eine Aufnahme. Merven hat gerade zugestimmt, dass es nur ist. Das zählt aber erst ab dem Punkt, wo die Aufnahme hochgeladen ist und veröffentlicht wurde. Ja, ich hab mal deine eigene Aufnahme aufgeladen. Und laut Uploadplan ist das erst in fünf Monaten. Ja, das hast du mich gerade so krass geblockt, dass ich gestorben habe. Ihr habt mich auch alle geblockt. Das habe ich so krass... Ja, das ist mir egal. Also, falls ihr es noch nicht wisst, ne? Aber ich hab Merven ja zu Weihnachten einen Kopfhörer geschenkt für 50 Euro. So richtig epische Sendhalber-Kopfhörer. Und Merven, der fair geht, weißt du, hat sie natürlich direkt wieder kaputt gemacht, wie immer. Weil einfach nichts geschissen kann ich mit seinem Drauf. Und drauf geschisst. Weißt du, außer seinem Kater ist nichts in seiner Wohnung heiler. Und nicht mal der, der ist im Kopf gestört. Und ähm... Dann hat er die irgendwie nach Amazon zurückschicken wollen. Mit meinem Dings, welch ich ausgedruckt habe. Und das war vor zwei Monaten. Und bis heute habe ich kein E-Mail bekommen. Und jetzt warte ich immer noch auf meine 50 Euro. Merven betrügt mich da. Äh, One ist, äh, Op-Hit. Warte vorhin. Einer Zahle. Zuschauer, seht ihr diese beste Smoke und nur, weil Yannick mich ablenkt. Auf jeden Fall. Alter. Ich bin tot. Was? Das fand ich mir nicht aufgefallen. Mhm. Das fand ich mir nicht aufgefallen. Mhm. Da habe ich ihn noch angeschossen mit der Arbe. Kommt es lang keiner? Nee. Hm. Ja, da schießt er wieder durch die Gegend. Ich habe schon wieder vergessen, die CZ rauszunehmen, ey. Da gab es da so ein Lied von Sido oder so. Ich glaube, das hieß irgendein, da hat man dringend gesunken, irgendwas von Werft die Fuffis durch den Club oder so. Ich weiß nicht nur genau. Ich will das doch gerne tun, Merven. Aber ich habe leider keinen. Also, ich habe schon einige, aber ich habe meinen Lieblings. Deinen Lieblings. Ja. 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 Ich glaube, ich muss das jetzt über mich ergehen lassen, hier. Diese Aufnahme. Oder ich mute Yannick einfach. Ich dachte, das hast du uns immer getan. Ja, auch wie Leute. Guck dir hoch. Er hat drei Kills gemacht. Instant. Was ist das denn? Was ist außer bei mir? Ich glaube, lange kommt nichts. Ach, ihr seid schon hinten beim Teespawn. Ja, das ist natürlich wunderbar. Ja. Ich stehe hier die ganze Zeit und checke lang und ja. Ich bin schon durch. Ja, das tut er so. Hey, Yannick, hast du einen 5-7? Ja, Mama, Mama. Hast du einen 5-7? Danke. Ich habe mir einen neuen gekauft. Das ist ja mal eine geile P52, einfach liegen, ey. Ja, die Supernova, ey. Sieht ja mal geil aus mit dem Doom-Sticker, ja. Das Ding ist über 50 Euro wert. Fuck, Alter. Ja, noch zwei. Äh, two at Playground at least. Seht er so offen da. Bist du rot da. Das ist Schussfall selbst, aber du kriegst auch nichts mehr. Ich hab' da nicht gesehen. Äh, woher ist es rum? Ich hab' da nicht gesehen. Ich hab' da nicht gesehen. Äh, woher ist es rum? Da war einer hinter der Wand oben, hast du gesehen. Der ist über die Wand gesprungen. Bist du blind, ne? Hört man gar nicht auf. Ich steh' hier ganz scheiße, ey. Ah, ne? Deutscher. Da sind zwei im Kurs noch. Er ist noch kurz noch. Er ist noch. Der letzte ist auf, Connector. Er ist noch? Ja. Ja. Ist der noch da? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sehen, weil der noch nicht so gut ist. Ich kann dich aufhören. Was willst du? Auf. Dann kriegt er sogar die AWP gedrückt. Noch nicht. Ja, ich weiß nicht, warum der einnimmt. Die als Aufbruch. Ja, das war ich aber so langsam, dass ich nicht mal vorne hin rushen kann und gucken kann. Ich kann mehr hin. Tja. Wow. Man sieht auf dieser scheiß Map einfach nichts. Es kommt einer hinter dir. Wahrscheinlich. Der ist zumindest da durchgepusht. Das ist eine Medusa, what the fuck. Nein, die habe ich gefunden. Ja, das ist mir klar. Das ist dein Profil. Hat ne Dragon Lore. Wer ist weg? Der komische DMZ mit dem wir spielen. Ne, DMZ mit dem wir spielen. Der hat ne Dragon Lore. Und so weiter. Der hat die DMZ mit dem wir spielen. Der hat ne Dragon Lore. Der ist ein Rich Bitch, Mermin. Mhm. Also Rich Bitch macht man das so. Also Rich Bitch kann man aus deinem besten Freund, wie er sich 50 Outsal geben. Aber. Ist doch nur ne Sache. Ja. Der Schuss war drauf. Ach komm, Valve. Er pusht mich halt. Das ist so random einfach nur. Pfff. Mann, ich war so weit schon weg. Oder geht mal den fucking Head schon laufen wieder. Connector oben, Playground. Also hier, wie heißt das Ding in der Party. Alter, wie es gelickt hat in der Sekunde. Und ich ihn gesehen habe. Ja, warte drauf. Warte drauf. Nice. Kann ich nicht sagen, wo du irgendwo Party. Lang. Na. Was ist das denn? Schatz? Nee. Kiki. Das war eigentlich ne schöne Runde, ey. Muss ich sagen. Bist du mitgespielt hast, hm? Hehehehe. 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 Ach komm, der Eingeschuss war doch auch drauf der Erste, wo du sagst, er war drauf und ist nicht gestorben. 5 davon meint so. Das wäre ich mein 50 auch wieder mehr hin. Hehehe. 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 Ich hab's mitgebracht, du hast ein da. Na. Ist Connector was, oder? Ja, und die sind alle da. Also es sind nur zwei, aber die waren da. Oh das geht falsch an. Shit. Find die da? Kann ich sehen. Genau. Ja, einer ist Connector raus. One is out of Connector. He is at the Colets. na ich komme zu dir der schuss im laufen und ich gebe ihm einfach den headshot in der arfe und im zweiten habe ich mit der diegel jetzt noch einmal getroffen normalerweise verlieren wir doch immer auf der fucking cc seite ja das ist das was ich gerade auch dachte weil eine gg geschrieben und dann dachte ich so warum denn gg dann denke ich mir so warte mal normalerweise sind wir auf der t seite immer die also die t sind immer besser normalerweise auf dieser karte dann gucke ich so 7 1 was ist das denn der war scheiße das der die 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 BTF? Was auch gehaftet da irgendwas? Er ist hinter dem Baum Einer ist durch, es sind 2 lang Both wrong Beide? Ja 2 lang 2 lang 2 lang 2 lang Durch die Smoke gibt er mir jetzt ernsthaft Er gibt mir jetzt ernsthaft Er gibt mir jetzt ernsthaft Ja Okay Er ist langsam Er ist da und da jetzt Er hat ihn gekillt Ja Wie hat er mir jetzt durch die Smoke gegeben? Erst schießt er 2 mal rechts neben mir an mir vorbei Und dann auf einmal krieg ich 20 Schüsse genau auf mich ab Ja Quick peek Fountain Okay 50 Hm? Hast du schon verstanden? Er ist durch Er wie kann der denn da schon Wie Wie es geleckt hat einfach nur Nice Ich verstehe gar nicht wie der durch sein kann Merwin Ich meine wir sind doch direkt vom Spawn losgelaufen Und ich werfe da noch die ganzen Linger hin Und habe keinen rauslaufen sehen Und dann gehe ich an den Brunnen Dann steht er links in der Wand Ich dachte ne WTF? So wie kann ich mich Yeah Klap mit mir in den Kamera halten Ich sagte Fünffzig Döner Easy b Ich denk Easy What is short or water? das lehrt von diesen ganzen treppen da unterm sport mittlerweile voll verlieren aber nur wer es ist auch sind gerade vorgelegt ist also ehrlich Let's go, let's go! Ich würde mir das gerne noch eine Decoy kaufen, aber brauche ich 50. Decoy! Ich habe eine. Warum geht das manchmal so hin und her bei mir? Ich habe irgendwie zwischendurch voll Hyping. Das war schlecht, wenn ich schauen müssen. Was war das denn? Eine ist lang durch. Eine ist lang. Eine ist lang. Party connector ist lang. Left side orange. Left side left. 100 HP lang. Deploying flashbang. Nice. Flashbang. Links. Behind you. Jeff. 10 HP lang. Deeper. Longest orb. He's slow. Links stand er. Ernsthaft? Der ist ja einfach ganz anderer. ist ja shit maybe rush something antwortet mir keine zwei sind nicht da vor allem dieser gelbe wieder blau läuft erst mal gegen die wand so dann blau wäre so blau wenn es davon kommt der hieß worry load er hat noch 10 hp hendrik kommt hochgepush das ist aber nicht so 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 Oh, das ist Party. Er kommt dann von hinten an, oh man. Meine 30 ist toll. Gib ihm 90 in 3 mit der CZ. Ja, aber der kam leider nicht hoch. Ja, ich weiß, aber es ist halt trotzdem mega ärgerlich. Triffst du 3 mal mit dieser CZ und dann... Hast du nichts. Das passiert nichts. Deine Kauf, wir haben eigentlich gar kein Geld zum Kaufen. Jetzt habe ich mich verkauft. Ich wollte nämlich eigentlich die Specs 7 haben, aber die Autoschrotze. Free Pushing. Und gerade für Leute. Oh. Der ist... ... in der Partier-Lang mit den Pippen. 60 Kills habe ich mit meiner Rockpite gemacht. Nice. Hier ist noch einiges. Oh, da ist ja noch einer hinter. Oh, mein Gott. One ist gekommen, Longwall. Oh, wow. Was geht denn gerade ab? Mensch, verstehe ich auch nicht. Wir haben zwei Leute, die einfach drei, vier Leute, die einfach so richtig negative Stats haben. Ah, der Rush ist unten. Guten Spot dafür. Tschüss. Hier ist noch einer. Wo denn? Oh, ich bin blind, ich will nicht mehr. Er hat sich eine vergingen Negev gekauft, ey. Maybe one connector. Hier ist noch einer. Hier sucht noch einer. Wo bist denn du? Da hinten. T-Spawn ist off. Two T-Spawn. Sind beide hier. Ich flash runter. Er steht ja nicht mehr. Er ist glaube ich runter gegangen. Nächster noch. Ja. Es ist einfach was zum Teufel. Nice. Was ist das denn? Hier ist mein. Hier ist Playground. Hier ist hoch. Macht er nicht, ey. Alter. Der hat jetzt minus 46 und... Ja und? Ja nix. Und er braucht halt 200 Schub verdient. One Tap Elite. Hat man gesehen. Kaufe ich mir den jetzt, ey. Scheiße. Gleich bei der Glock. Die Steel Disruption. Hm. 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 Ich beginne dies mit mir nicht. B. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? T-Spawn Elite. T-Spawn Elite. Mann, der Autor ist gar nicht bei mir. Er ist ein Gerwigscan. Das. Ja, das ist toll. Da ist es down. Da ist, ähm, Bank. Das hätte ich noch geplant ist. Was haben die mit ihrem Scheiß-Wi? Was ist das? Ich weiß auch nicht, dass ich hier nicht weiß, was ich hier irgendwie habe, weil ich... Boah, das ist schlecht von mir. Von mir auch. Hooray! Bomben wurde geplant. Einen verbunden. Okay. Einen haben wir ihn. Einen haben wir ihn down. So. Nice. Schreibt er einen die ganze Zeit 1515, please, ey. WTF? Hast du gesehen, dass sie bei Dota den neuen Helm released haben? Nice. So richtig. Mhm. Wer gibt's denn jetzt? Ich glaube, das war der Pit Lord. Kross. So was hat er so schlecht. Okay. Dann kann B. Ja, das kann B. Wir haben die Bomben da jetzt. Hier ist noch jemand am B. Arambi. Weißt du, hier ist einfach niemand und die betteln die sich da oben erst, ne? Ja, natürlich. Man muss die Käse noch abstauben. Nice. Und jetzt ist die Bombe da. Einen auf dem Bomben, dann einen auf dem Bomben. Nice. Nevermind, sorry. Good job. Ja, so gut job, ne? Man muss ja schon... Man muss wieder ein bisschen Angst haben, ey. Worse. Nichts. Ich dachte, er ist sich... Äh, du hattest mich angeschossen. Ich hab ihn 3 Sekunden Scham bekommen und hat mich da irgendwie angeschossen, keine Ahnung. 16 verliebt. Achso. Och man, es kam keiner mit. Oh, warum sind die alle? Warum sind die anderen beiden jetzt erst, warum sind die jetzt erst Spielplatz, also jetzt erst? Ich hab Angst hier. Was? War noch einer? Nee, links ist einer von mir. Was ist, haben wir, Run Connector? Roboter. Ja, dafür dauert die Waffe leider viel zu lange. Ja, es ist halt echt nervig, ey. Ja, das A-Dragon-Glow. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass er da so close steht. Weil die Bombe lag ja links von mir. In diesem, in diesem anderen Gang. Yes, it's the Dragon Law. Toll, hast du auch links den... Ja, den hab ich auch gehört. Möchte auch mit der Dragon Law spielen. Das ist scheinbar so wahr, so ein Dragon Law. Report. Wallhacking. Kannst du mir hier eine Waffe legen? Lange. Guck. 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 Die Schlagspräger werden los. Die Schlagspräger werden auf die Schlagspräger angeschaut. Kein Klapp und dann ist es gelogen. Töne ich. Ich bin ein Intonent, ich bin ein Intonent. Da kommt ein Klo, Mervin hinter dir quasi. Nee, von rechts meine ich. Es kann Sinn ergeben, dass er mich... Du machst einfach keinen einzigen Step mehr und er dreht sich halt um und kommt zu dir gelaufen mit Prefire. Halt den fucking Logic App nur wieder. Rechts von der Wand Step. Oh, I'm made. Weiß ich nicht. Was springt da nicht? Noll. Okay. Okay. Das ist eine Aufnahme. Hier hast du gelernt. Neu. 47 in 2, ey. Ja. Nein, tu es nicht. Ja, aber der hätte ihn sowieso nicht gekillt. Als er also nicht geworfen hätte, der Typ schon der rechts eben hätte er nicht gecheckt. Ach, nun wie ärgerlich, ey. Warum haben wir schon wieder zwei Runden weggeschmissen? Ich habe zuerst mal den Dragon Law gespielt, ey. Und damit nichts gelassen. Ja, du blöckst erstmal. Ja, du blöckst erstmal. Ja, ich bin eigentlich ganz vorbei gelaufen. Dann bist du losgelaufen. Dann bist du gegen mich gelaufen. Dann bist du gegen mich gelaufen. Dann bitte gib mir eine Redline, bitte. Und der 2 Heaven? Oh, man. Da kommt noch einer. Geil, es würde fuck, are you. ernsthaft mit dem grünen einfach nur warum man der eine ist im fucking wasser kurz von connector oder so und bettelt sich mit legen und kriegt nichts geschissen dieser lila oder war das der lila hat war der lila und dann weißt du zwei sind einer ist kurz zwei sind helfen oben und wir beide sind auf spot werfen der tötet mich von kurz und unser typ damit einfach da hinten noch am achterfeld rum so richtig nutzlos was nichts gekauft ja dann musst du dir aber nicht so und nicht so und auf jeden fall keine ahnung wenn wir gewinnen jetzt was anderes war es zu sparen hast du um die ecke wiederum ach man warum ist der grüne den afg jetzt wenn man mal mit auf dem spot einfach ist ich stehe damit der bombe ja das ist jetzt richtig gebracht es ist ja so premium dass der typ einfach wieder acht habe man rennt einfach wie so ein mongo um die ecke einfach nur ich habe einfach nur ich sterbe einfach durch die wand auf wo ich schon hinter der ecke rum war aber hatte eine kauft hat natürlich hat sie und spaß und lune dieses team riecht nicht einfach so was ist die bombe auch schon wieder am vorn gelassen worden das ist einfach für voll spaß gerade den letzten paar runden ja schlecht treppen hier kann man gehen ja ein ja ja ein ja 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 Es wird gut ist pech so oft angeschossen und alles das feuer und die granate grüne spiel gerade so fassbar fassbar schlecht einfach nur jörg alles hat schon connect us down er will be told das team flash die die nette kam perfekt also tut mir leid was zum teufel ich kann vielleicht noch das fünfte marketing vielleicht schwer bitte viermal ist nicht hier noch eine folge anscheinend ich weiß nicht ich habe nichts gesehen bisher die nade von dem einen typen what the fuck von dem eis cyber schleich die ganze zeit einen toiletten entlang und dann bin ich da und dann kommt er hat mich noch nicht es hat mich niemand gesehen und da kommt die nade um die ecke geflohen und leidet direkt auf mir was pushing nice one conductor is pushing to the stairs nee da ist keiner wenn die vielleicht jetzt ich weiß nicht damit irgendwie ab ok doch nicht schaust es geht aber ich werde schnell ich werde schnell machen ich bin es gleich das war das hier ich glaube ich glaube ich ja ist dadurch eigentlich unnötig mehr dass es noch zu spannend war kann es mir was droppen wieder er ist doch mega unnötig weil es stand halt einfach keine ahnung doch was ich hab den akkord ja sie hat sich immer gesnackt wahrscheinlich wahrscheinlich der japan ich habe schon die akk aufgenommen haben wir dann irgendwo hinweg geschmissen haben wahrscheinlich das ist heute Ich weiß nicht, was die Bomben landen. Dann kommt das der Auge. Dann kommt die Bomben connector. Dann kommt die Bomben. Einer ist, what the fuck? Einer ist über den Spock gelaufen zu den Toiletten. Ach so. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Ich habe nicht gehört, nur ein einzigen Angriff. Gut. Du bist einfach 8k. Ja, ich bin 8k. Warum nicht? Alles gut. Oh, der ist halt SRFK. Well, GG reported. Bumpf, jude. Ich scam ihn weg. Alle seine Skins können uns... Wow. ... ... Jetzt haben wir den jetzt jemals reportet. Ich habe den schon im Dorf reportet. So ein tränkiger Pisser, ey. Hallo, er hat doch so viel Geld für seine Skins ausgegeben. Da kann er doch auch andere Leute einfach nur das Spiel versauen, in dem er AFK ist. Hat er doch das Recht zu tun, du weißt doch, wie das ist. Das wäre das Traurige. Also so viel Geld einfach nur in Skins, aber das ist halt wie immer dasselbe. Die Leute haben tolle Sachen, aber keine Ahnung. Der ist low, der eine. Der Connector rauskam. Nice. Gern online. Oh man, da sind es zwei. Boah, ich schweb schon irgendwie die Scheißmutter, ey. Weil niemand ihm was getan hat und er einfach auf hat, nur mal zu spielen. Er macht nur noch Scheiße, es steht da auch nur wieder AFK oben. Mann, er muss doch Skins trainen. Weißt doch, wie das ist. Good job, man. Wolltest, wir könnten eigentlich blenden. Ja, ich bin halt unterwegs, aber es steckt halt niemand short. Da kommt doch was raus. Ja, kann ich da nicht. Short, 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 short. Ja, too short. Ich bin aufs Brot. Mindestens zwei. Und eine defused. Ja. Was willst du machen? Ich finde die Bombe, aber schade. Ah ja, das ist ein Gitteres. Hammer. Es ist so deprimierend, sowas, ne? Dieses Spiel ist einfach so deprimierend, weil Valve einfach nur sagt. Warum können wir, warum können wir nicht... Och man. Was ist denn was? Einmal mit Mades spielen, die überhaupt wenigstens vernünftig sind, ey. Nein, du musst ja so richtig... Ich gucke es dir einfach in zwei AFK. Und einfach so richtig fucking zwölf Jahre alten Ohrensohn haben, der einfach nur richtig Knete von Eltern hat oder so, keine Ahnung. Und die Dragonlord und sowas. Aber einfach... Weißt du, ich verstehe auch die Leute nicht. Die haben einen fucking Dragonlord-Spieler in der fucking AFK-Elo. Wie der letzte Nub einfach nur. Ja, ist klar. Um fünf Ecken rum. Komm, fick deine Mutter einfach nur. Was soll das? Was soll das? Wünschen, Schatzschuss. Das nicht. Warum müssen die Dünnchen-Team-Name-Bad-Beutsch sein? Hm. Na gut. Ich glaube, das war's. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr von den Skins haltet. Was ihr von den Skins haltet. Ob ihr das auch schon mal hattet? Wahrscheinlich schon. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn Yannick wieder rumloopt. Haut rein.